. Wie sieht es aus? Au! Am 18. November. Schöne Morgen. Das ist schwierig. Das ist wie Baby, oder? Da muss ich echt... Die kitzeln beide in Deutschland. Ja. Mit der Kitzel? Das ist der letzte Kitzel. Da ist die Kitzel. Da ist die Kitzel. Die Kitzel ist wahrscheinlich anders. Ja. Das ist die Kitzel. Das ist die Kitzel. Das ist keine Runde. Das ist der Wunderschein. Wunderbar. 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 Das war's für heute. Das ist so ein kleines. Das ist aber ein Stoff. Dahinter hat es ein Häuschen, das ist eine Spielwiese da drin, wie du auch noch packst. Oh, oh, tatsächlich, mit dem Igel. Ich will mit dem Igel spielen. Jetzt darfst du mit dem Igel spielen, guck. Ach, ist das nett. Oh, oh. Ach je, das ist noch nicht alt, wie alt ist denn das? Guck, der hatte, der hatte die Krante. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Der hatte die Krante. Ach, süß. Guck mal. Die sind ganz klein. Ui. Ein kleiner Gorilla. Guck mal. Guck mal, der kleine, wie das ist. Papa. 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 Ach so. Ich will schlafen, es ist Pferde, vielleicht werden wir gleich weg sein. Guck ganz genau. Der müsste schon das Flöschchen haben um halb zwölf. Die macht's sauber. Gleich ist er weg. Man könnte manchmal vergessen, dass es Tiere sind. So menschlich. Der ist ganz munter. So, komm, gehen wir weiter. Gehen wir weiter? Nein. Ach, er kriegt jetzt Frischchen. Der hat so lange geschlafen, die machen ihn nicht selber munter. Und der hat so lange geschlafen. Also, das war ein bisschen mehr. Der hat so lange geschlafen, die Koffer waren. Er hat so lange geschlafen. Aber gerade gibt es noch eine Koffer. Hatte ihn kein Stuff Kutg. Ist das denn? Es ist die Schneckwand. 25 Gramm. Pardon, ich hab. Ich habe keine Schuss. Aber ich habe hier auch einen Schuss mit einem Schuss. Ich habe immer noch einen Schuss. Das ist die Schuss. Ich habe hier einen Schuss. Man wäre, wie schon ein Schuss. Mir ist das für eine Schuss. Entschuldigung. 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 Vielen Dank.